ja Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Ich spiele auf dem SuperCraft bei der Server und zwar ganz alleine von Minimata. Ja, ich werde die IP natürlich in Bescheidung legen. Ich, mir persönlich ist dieser Server, mein Lieblingsserver und in einer Sekunde beginnt das Spiel. Ich spiele die Mushroom und ja natürlich habe ich ein Headset jetzt natürlich kann ich eine Kuh mit Headset, das ist ja klar. Was denn sonst? Keine Angst liebe Leute, das Headset ist nicht beim Kick gekauft. Natürlich kein ohne Kinder gearbeitet, sondern Haha Haha Notch, stirbt Notch. Alter, ich höre mich selbst nicht, wie laut das ist. Stirbt Notch Stärken, 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 Stärken er hat mich getötet nein in vorken kann wo am Rand gestanden ist aber natürlich muss ich dann länger nennen lagenieren ja der muss endlich gefixt ist die Druckplatten wieder gehen Juli hier die ist so gut wie er aber das Schöpfe der Schombau wo all kann nicht er bis jetzt nicht ich gehe mal weg k er hat er nicht verzeihung er wollte deine meine Kraft kräfte nicht unterfordern ging es war ein nicht ehrlich aber man darf nicht weiter sagen es hat jungen es ist zweiter ist er schießt den Boden ist sehr klug ja Indoor-Platten scheinen doch nicht zu funktionieren jedenfalls nicht alle bei Legen tue ich nicht ich kann nochmal Double Jump'n ähm auf dem Server kannst du wissen weißt du ob du lagst wenn du Double Jump'n und dann plötzlich fliegst dann hast du lagst so ist das leider so ist das im Leben Alter der Notch hat nur 5 Leben aber was erwartet man von Minecraft von Marcus Persson ja ich kenne mich bei Minecraft aus Minecraft wurde glaube ich 2009 März veröffentlicht soweit ich weiß soweit ich Schweizer bin not sch oh da ist er ich habe nur noch ein halbes Herz nur noch ein halbes Herz das ist nicht gut Nein nein na blubblubblubblub nein ich habe gedacht die besiegt ihn jetzt ja 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 mein na 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 k k k k und ich bin tot ich will weiter ich war der erste ich war ich war der Erste der gestorben ist 1 ja ja ihr könnt nein ja nur dass ihr wisst so sieht mein Skin aus das ist mir egal ich hab das jetzt gemacht ja hehehe Entschuldigung das war Chris' ich komme NEIN DRINKEN Ehm pro Charakter und Gast ich nehme mal Gast wei 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 ne ne bin so rieser do 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 das in Bayern 50 Sekunden mein Lieblings Bob in Minecraft das ist Slime mein Lieblings Blog in Minecraft ist das Schwamm und mein Lieblings irgendwas ist irgendwas in was zu zeigen für ha 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 komm mal vor allem ha ja ich kann ihm nicht weh tun ich kann ja ok es ist ein Fake es ist ein Fake es ist nicht der echte alter Bogen wegwerfen na oder so hab's wieder hab wieder Pfeil hab wieder ne Pfeil mal komm hm da guter Golem hat extremen noch weg und denn Slime ist einfach mega stark das das erklärt genug also ist ein Fake ich kann ok er hat mich nicht ich ihn ok ich bin einverstanden damit oder auch nicht oder was auch immer warum hab ich nur diese Klasse genommen komm komm mindestens einmal treff hab ich ihn getroffen ich hab ihn getroffen aber nein es hilft natürlich nicht als Treffer ja ich hab ihn getroffen ich hab ihn getroffen ich hab ihn getroffen ich hab ihn getroffen und ich bin tot Alter gegen den hätte ich jetzt die Kuh nehmen sollen die Mushroom lol GG gab es bis zwei bis drei un habe bis vier bis kah bis 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 vom Punkt schickt abtisch die Antikyptik schuldig er war ein gewöhnlicher NDR jetzt einmal von einem Bier am Mann die eine an die Erwärtsch die Städte war er entfielte es kann ich nehme mal Slime, weil Slimes, wie gesagt, einfach awesome sind. Peter Wiffen. Keine Spoiler. Warte, was? Slime. Ja. Sonst ist das ja immer ein Zombie, aber weil es wild ist, ist es ein Villager-Zombie. Haha. Was für ein Zufall. Ähm. Nun denn, liebe Leute. Liebe Leute. Spann. Das war schön. Ein Widerskelett. Die haben ein One-Hit-Kill-Band, falls ihr... Die haben mit ihrem Boden einen One-Hit-Kill, wenn sie dich treffen. Komisch, dass er keine VIP-Klasse so irgendwas hat. Ja, ist klar. Dieser Noob schießt es genau ab. Schneemann. Warte, warte. Das war kein Schneemann. kein Team, der eh jetzt Kirch, den absichtlich die ganze Zeit... oder Team wollte. Genau aus dem Grund. Und aus dem A, das ist nicht einmal... Alter, der nervt. Er denkt, der ist was Besonderes, weil er TNT hat. ist. Das Killig die alle. Alle. Rage-Mod. Rage-Mod. Den Killig jetzt, weil er Team wollte. Und den Killig, weil er einfach Silberfisch ist. Naja, Silberfische sind eigentlich... schon recht amusant. Achso, der ist jetzt plötzlich... äh... wieder Skelett. Vorher war doch da gerade ein Silberfisch. Jeden Killig, weil er Team wollte. Ist er jetzt... Er ist nicht gestorben. Und na, ist klar, ihr habt mich jetzt jetzt eingefangen. Ich bin dumm. Monzieren kann er natürlich auch nicht. Ist ja klar. Ist mir auch passiert also. Ich sollte nicht lachen. Alter, ihr habt jeden einzelnen verfehlt. Mit Silberfisch nervt. Nervt schon. Silberfisch Typ. Es ist fun to stay at the YM's. Gescheit. 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 Der Tralala hat sich selbst gekillt. Ja. Nein. Warte, hat er es überlebt? Er hat es überlebt. Er hat ja diese scheiße Senderperlen. Oh, fast getroffen sogar. nach meinem Todzugang. Nach meinem Todzugang. Die fangen wirklich an zu nerven, diese Silberfisch. Ich habe ihn natürlich nur einmal getroffen, oder? Ja, natürlich. Ist klar. Ist er explodiert? Ist er explodiert? Nein, natürlich nicht. Jetzt kann er mich im Nahkampf nicht besiegen. Gescheit. 1 gegen 1. Oh. Spannend. Ich denke nicht mit mir an. Mann. Rennig dann weg, du. Ja. Gigi. 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 Ja. Ich glaube, ich beende die Aufnahme hier mal. Einfach vor Yolo. Das war mein erstes Let's Play, wie schon gesagt. Nun ja. Jupp. Ich würde mal sagen, ich bin es hier. Ihr könntet mich abonnieren für weitere Videos. Professioneller, geiler, schöner, nicht wirklich, nein. Egal. Ich bin wunderschön, nein. Hals, Maul. Nein. Ich bin ehre. Ich weiß. Was ist falsch? Mit mir. Ihr könntet mich abonnieren und oder liken. Und ja. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ja. Bye.